Ich möchte Ihnen zeigen, wie Sie Schimmelbildung in der Wohnung vermeiden können. Atmen, kochen, duschen, Wäsche aufhängen, all das sorgt für hohe Luftfeuchtigkeit im Raum. Und hohe Luftfeuchtigkeit kann zu Schimmelbildung führen. Wenn Sie das Fenster kippen, kühlt einfach nur der Raum um das Fenster herum aus. Und so kann Feuchtigkeit aus der Luft sich an den kühlen Wänden, Fensterbrettern und Fenstern absetzen.